Beginnen wir mit wichtigen Nachrichten, die gerade eingetroffen sind und Europa bewegen. Das Europäische Parlament diskutiert etwas, das den Lauf vieler Dinge auf dem Kontinent verändern könnte. Gegen Ursula von der Leyen, die derzeitige Präsidentin der Europäischen Kommission, wird wegen Korruption ermittelt, was ihr Mandat stark unter Druck setzt. Die Staatsanwaltschaft ist ins Spiel gekommen, und das Ganze verläuft auf eine Weise, mit der viele nicht gerechnet haben. Und Sie, was denken Sie über diese Situation? Haben Sie schon einmal von dieser Untersuchung gehört? Teilen Sie Ihre Meinung. Der Punkt ist, dass das Parlament Ursula nun möglicherweise die rote Karte zeigt. Das bedeutet, dass seine Position in der Europäischen Kommission am seidenen Faden hängt. Viele fragen sich, ob dies für sie das Ende der Fahnenstange ist. Und natürlich steht diese Untersuchung in direktem Zusammenhang mit mehreren aufkommenden Skandalen. Aber einer der größten Auslöser dieser Krise ist die Kongressabgeordnete Anderson von der AfD-Partei, die eine der größten Kritikerinnen von Ursula war. Lassen Sie uns ein wenig über die Kongressabgeordnete Anderson sprechen, die nicht irgendjemand in der politischen Szene ist. Sie war eine führende Figur im Kampf gegen Ursula von der Lions-Vorgehen und dieses Mal scheint sie alle Karten auszuspielen. Anderson, die die AfD vertritt, ist eine scharfe und ständige Kritikerin von Ursula und hat es kürzlich geschafft, die Probleme, mit denen die Europäische Kommission konfrontiert ist, weiter offen zu liegen. In seiner letzten Rede wollte Anderson sensible Punkte ansprechen, doch plötzlich wurde das Mikrofon ausgeschaltet. Richtig, das Mikrofon wurde mitten im Sprechen abgeschaltet. Dies hat viele dazu veranlasst, sich zu fragen, ob sich hinter den Kulissen etwas Tieferes abspielt. Warum wurde das Mikrofon abgeschaltet? Das ist die Frage, die sich viele gerade stellen. Andersson befand sich an einem entscheidenden Punkt der Rede und erwähnte Vorwürfe gegen Ursula und die Rolle der europäischen Regierung. Was hätte man sagen können, wenn das Mikrofon nicht abgeschnitten worden wäre? Gab es etwas, das die Öffentlichkeit nicht hören sollte? Was halten Sie davon? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Diese Aktion löste eine große Diskussion über Zensur und Meinungsfreiheit aus, insbesondere im Europäischen Parlament selbst, das sich stets als Verteidiger dieser Werte positioniert hat. Viele fragen sich jedoch, ob diese Grundsätze bei Persönlichkeiten mit großer Macht buchstabengetreu befolgt werden. Diese Situation ist umso kritischer, wenn wir bedenken, dass wir uns mitten in drei großen Skandalen um Ursula von der Leyen befinden. Die erste davon sorgt für große Aufregung und betrifft den möglichen Druck, den Ursula auf Deutschland, insbesondere gegen die AfD, ausüben würde. Gerichten zufolge erwägt die Europäische Kommission, Mittel für bestimmte deutsche Bundesländer wie Thüringen und Sachsen zu sperren. Die Begründung? Einige glauben, dass dies eine Reaktion auf den wachsenden Einfluss lokaler Regierungen sein könnte, die als eher rechtsgerichtet gelten. Viele sehen darin einen Versuch, Einfluss auf die Koalitionsverhandlungen zur Regierungsbildung zu nehmen. Aber ist das wahr? Versucht Ursula wirklich, die Innenpolitik Deutschlands zu manipulieren? Wir möchten wissen, was Sie darüber denken. Diese mögliche Sperrung von Geldern wird von vielen als politische Erpressung angesehen. Sollte dies tatsächlich geschehen, wäre das ein beispielloser Schritt und ein klares Zeichen dafür, dass die Europäische Kommission bereit ist, alle ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen zu nutzen, um das Wachstum von Parteien einzudämmen, die den Status quo infrage stellen. Aber ist dies der beste Weg, das Problem zu lösen? Oder könnte dies am Ende zu noch mehr Spaltungen innerhalb Europas führen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung noch einmal in den Kommentaren. Kommen wir nun zum zweiten Skandal. Dabei handelt es sich um Ungarn, das kürzlich ein neues Souveränitätsgesetz umgesetzt hat. Für viele war dieses Gesetz eine Reaktion auf die ständigen Versuche der Europäischen Kommission, sich in die inneren Angelegenheiten des Landes einzumischen. Ungarn bereitet der Kommission unter der Führung von Viktor Orban ständig Kopfzerbrechen, und es scheint, dass die Spannungen ihren Siedepunkt erreichen. Ursula von der Leyen und ihre Verbündeten sind bereit, gegen das Land vorzugehen, und es wurden bereits formelle Vorwürfe wegen Verstößen gegen demokratische Grundsätze erhoben. Dies könnte ein Bruchpunkt zwischen Ungarn und der Europäischen Union sein. Was halten Sie von diesem Streit? Hat Ungarn Recht, sich zu wehren, oder hat die Kommission Recht, Druck auszuüben? Lassen Sie uns diskutieren. Und schließlich kommen wir zum jüngsten Skandal um einen Multimillionen-Dollar-Vertrag zwischen Ursula von der Leyen und dem Pharma-Riesen Pfizer. Dies ist vielleicht der brisanteste Fall von allen, denn es handelt sich um einen 35-Milliarden-Euro-Deal, der per SMS ausgehandelt wurde. Ja, Sie haben richtig gehört, ein Vertrag dieser Größenordnung wurde per SMS besprochen und viele der Dokumente, die die Rechtmäßigkeit dieser Verhandlung beweisen sollten, sind einfach verschwunden. Dies hat viele Verdächtigungen hervorgerufen, und nun wird die Kommission unter Druck gesetzt, eine umfassende Untersuchung der Angelegenheit einzuleiten. Glauben Sie, dass diese Untersuchung etwas Überraschendes ans Licht bringen wird? Oder wird alles vertuscht? Wir möchten Ihre Meinung erfahren. Was diesen Fall noch schwerwiegender macht, ist, dass die Kommission bereits Anfragen erhalten hatte, alle Dokumente im Zusammenhang mit dem Vertrag zu öffnen, Ursula sich jedoch weigerte, dies zu tun. Dies erzeugte noch mehr Misstrauen. Der Europäischen Kommission, die ein Beispiel für Transparenz sein sollte, wird vorgeworfen, wichtige Informationen vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Was denken Sie? Ist dieser Mangel an Transparenz akzeptabel? Hinterlassen Sie Ihre Meinung. Und als ob das nicht genug wäre, plant die Regierung offenbar auch die Vernichtung wichtiger Dokumente, die die Beteiligung von Ursula und anderen hochrangigen Persönlichkeiten an diesen Skandalen beweisen könnten. Es gibt Gerüchte, dass starbeweise Akten entsorgt werden sollen, in dem verzweifelten Versuch, alle Beweise zu vernichten, die die Beteiligten belasten könnten. Dies wirft die Frage auf, warum diese Dokumente jetzt vernichten? Gibt es etwas, das Sie zu verbergen versuchen? Wir möchten noch einmal wissen, was Sie denken. Die Situation wird immer angespannter und was in den kommenden Wochen passiert, wird für die Zukunft der Europäischen Kommission und für Ursula von der Leyen von entscheidender Bedeutung sein. Diese Skandale setzen Sie stark unter Druck und viele glauben, dass ihre Zeit an der Spitze der Kommission zu Ende geht. Wird Ursula im Amt bleiben können oder wird das Parlament endlich handeln und sie absetzen? Was wird Ihrer Meinung nach passieren? Kommentieren und teilen Sie Ihre Ideen. Diese Skandale werfen auch größere Fragen zur Integrität der europäischen Institutionen auf. Die Europäische Kommission hat sich immer als Bastion der Demokratie und Transparenz positioniert, doch die jüngsten Ereignisse stellen dies in Frage. Als Bürger haben wir das Recht zu erfahren, was sich hinter den Kulissen abspielt und verlangen von unseren Führungskräften Rechenschaftspflicht. Was sollte Ihrer Meinung nach getan werden, um in Zukunft für mehr Transparenz zu sorgen? Bei all dieser Spannung und Unsicherheit bleibt also die Frage, was wird der nächste Schritt sein? Wird sich Ursula von der Leyen diesen Anschuldigungen direkt stellen oder wird es weitere Manöver geben, um die Aufmerksamkeit abzulenken und die Machthaber zu schützen? Wir möchten hören, was Sie zu sagen haben. Und bevor Sie fertig sind, vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren. Hier bringen wir Ihnen die neuesten Nachrichten und Analysen darüber, was in der Welt passiert. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben und nichts verpassen möchten, aktivieren Sie die Glocke, um Benachrichtigungen über kommende Videos zu erhalten. Wir werden diesen Fall weiterhin aufmerksam verfolgen und Sie werden die nächsten Updates nicht verpassen wollen. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!